Herzlich Willkommen in meinem Studio. Wie Sie hören, bin ich mitten in der neuen Produktion Musik ist wie ein Wunder. Und so heißt auch das neue Programm dieses Jahr 2017. Und da möchte ich Ihnen jetzt gerne eine Kostprobe zum Hören geben. Wo Musik erklingt, da ist das Leben schön. Musik öffnet alle Herzen weit. Dort wo man singt, ein Lieder klingt. Da gibt es keine Sorgen und kein Streit. Musik ist wie ein Wunder, sie geht ins Herz hinein. Und macht auch deine Sorgen, die groß sind wieder klein. Musik, die baut auch Brücken, auch überm größten Fluss. Weil man im Leben Hoffnung haben muss. Musik nimmt dir die Ängste, auch in der dunklen Nacht. Und hat an vielen Tagen das Glück zu dir gebracht. Musik hilft dir im Leben, bei Freude und bei Leid. Musik steht dir zu aller Zeit bereit. Denn die Musik tut jedem gut. Musik im Lied. Musik Komm bis nach USA, von Indien bis Peru, hört man ihr gerne zu. Ob Country Pop, ob Rock'n'Roll, ob Volksmusik, ob Chats, ob Heavy Metal, Klassik oder Rap. Egal was du auch hörst, egal was dir gefällt, sie ist das größte Wunder auf der Welt. Denn die Musik tut jedem gut, von Vogtland bis nach Kastelruf, von Hamburg bis Tirol, nut sie dein Herzen roh. Von Russland bis nach Kanada, von Hongkong bis nach USA, von Indien bis Peru, hört man ihr gerne zu. Wenn du Musik hörst, dann bleibe stehen, denn wo man singt und lacht, da ist es schön. Hörst du Musik vorm Haus, dann geh hinein, denn böse Menschen werden niemals darin sein. Denn die Musik tut jedem gut, von Vogtland bis nach Kastelruf, von Hamburg bis Tirol, nut sie dein Herzen roh. Von Russland bis nach Kanada, von Hongkong bis nach USA, von Indien bis Peru, hört man ihr gerne zu. Von Indien bis Peru, hört man ihr gerne zu. Mannen bis Peru, hört man ihr gerne zu. Von Indien bis Peru, hört man ihr gerne zu. Und dann geht es ja auch, wenn ich meine Kosten und sie wäre gerne zu. Vielen Dank.